Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Die Young Sterb-Jung. Oder wie ein netter Zuschauer geschrieben hat, Die Hard. Auch das schon ganz oft passiert. Und ich bin sehr oft hart gestorben. Was ist denn hier? Aha. Aha. Hier ist gar nichts. Ja, crazy. Crazy, okay. Oh, oh. Oh, dann aber lieber direkt. Oh Mann, oh. Da war noch eine. Mann, oh. Warum sind die auch so aggressiv? Die müsste man eigentlich doch gar nicht töten. Der Fackel sieht man schon deutlich besser, nicht wahr? Da geht's runter. Deswegen gucke ich lieber erstmal hier. Da geht's auch runter. Da geht's hoch. La. Was ist das denn? Ich hasse das, mehrere Wege zu gehen. Ah ja. Okay. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Hoch oder runter? Wir gehen erstmal runter. Ah. Ja, unten sollte ja irgendwo noch eine Eule sein. Aber. Ach, guck mal. Da waren wir schon, glaube ich. Da war ja dieser Riss. Oh. What the? Ach so, okay. Da kann ich doch nicht runterspringen. Oh, nee. Klettern, Leute. Das heißt auf jeden Fall erstmal, äh, der hier. Einen Stock schmeiß ich aber eben weg. Ich habe noch eins, zwei Fackeln. Dann schmeiß ich noch einen weg. So. Alles klar. Schweichert habe ich. Hui. Oh nein. Warte. Scheiße. Scheiße schon wieder. Ich muss dieses Wort aus meinem Wortschatz entfernen. Aber hier muss man das so oft sagen. Wow. Ach so. Hier kann ich trinken. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott. Oh nein. Sie hat mich erwischt. Scheiße. Scheiße. Oh nein. Bin ich erstmal wieder auf Elend? Hätte ich mal lieber meinen Anti-Gegengift mitgenommen. Ich weiß auch warum, äh. You should have watched your step, pal. Ach. Der interessiert sie. Aber dieses Skelett, was wir da eben gesehen hatten, nicht oder was? Ja, nicht vergiftet oder so, ne? Welchen Weg soll ich gehen? Uiuiui. Den nicht. Das ist auch gar nichts. Das ist immer... Man fühlt sich immer, als ob man irgendwas instant verpasst hat, wenn hier gar nichts ist. Das ist schon, äh... Ich möchte da hoch gleich, ne? Da ging's nicht weiter, dann gehen wir hier weiter. Okay. Ne, von... Hä? Von hier kommen wir doch, oder? Ach, kein Plan. Ich muss halt auf ein bisschen aufpassen, dass hier keine Schlangen kommen. Ah ja, deswegen hab ich mir auch das Feuerchen angemacht. Äh... Ah. Der hätte wohl auch ein bisschen aufpassen sollen. Ach da. Ne. Hä, von da komm ich doch. Ich bin verwirrt. Was soll ich denn hier? Alter, der ist doch in Gang. Mein Gott. Da sieht man, ich bin blind. Nachtblindheit. Ah ja. Sind wir auf der anderen Seite. Bin mal gespannt, was wir hier finden. Ja, warte einiges. Uiuiui. Sicher ist sicher, wa? Lass mich, ich bin ja immer noch vergiftet. Ah ja. Eine Eule. Sehr schön. Altes Idol aufgehoben. Ich hätte lieber eine Gasmaske gefunden. Da bin ich ganz ehrlich. Mit den Eulen kann ich ja immer noch nicht so viel anfangen. Aber vielleicht muss ich ja tatsächlich irgendwas kaufen nachher, damit ich weiterkomme. So, guti. Wunderbar. Dann. Wie geht's jetzt hier lang? Ach so. Hä? Nein. Die will ich nicht. Ne. Dann können wir hier wieder rausgehen. Wunderbar. Dann geht's jetzt weiter nach oben. Wenn. Ähm. Hä? Ja, wunderbar. Richtig hart verlaufen, glaube ich, ne? Ah ja. Okay. Okay. Dann gehen wir jetzt hier lang. Oh, das ist aber noch gruseliger hier, finde ich. War ich hier schon? Ja, hier war ich tatsächlich schon. Okay, dann speichern wir nochmal. Also, war das jetzt hier nur für die Eule, oder was? Ich muss das nochmal kurz abchecken, bevor ich wieder irgendwas vergesse hier. Runter. Ne, dann war das wirklich nur das Secret, wa? Ja, 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 ja. Oder? Irgendwas vergessen hier. Ne, da war ich schon. Da war ich auch schon okay. Sehr, sehr schön. Abgehakt. Hoffe ich. Haha. Sei denn, ich habe schon wieder irgendwas übersehen. So, in Ordnung. Das war also alles nur für die Eule. Ähm... Da gab es ja, glaube ich, noch einen anderen Weg jetzt. Okay. 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 Äh, gut, dann weiter im Text, wa? Dann kann ich ja jetzt auch nochmal gucken, ob da unten irgendwas auf dem... Aua. Ist das hier was? Nee, ne? Nee. Okay. Das ist dann quasi nur... Ah, ja. Wenn ich dann runterfalle. Ehh, warum ist denn hier blöd? Was ist denn hier passiert? Okay, ging es doch draußen weiter? Hör... Hör... Hier geht's nicht weiter, okay. Hier ging's raus. Und hier ging's auch gar nicht weiter, hä? Okay, okay. Hups, doch hier weiter lang, aber... Hier, ah, ja, 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 okay. Ich vergaß. Stoff, Stoff, Stoff. Äh, brauche ich... Kann ich... Oh ja, das sollte ich, glaube ich, nochmal machen. Wir waren ja noch schon ein paar Schlangen unterwegs, wa? Äh, drei hab ich davon und zwei davon, dann baue ich mir noch eins. Wunderbar. Ach, ich hätte mir auch eins von diesem großen Gift kaufen, bauen können. So, was, das machen wir jetzt auch mal eben. So, hier soll ich herunter. Okay. Und dann geht es hier weiter. Sieht schon schön aus, wa? Voll die Ruinen. Oh, Gott. Ich hab grad kurz bereut, nicht gespeichert zu haben. Alter. Hier ist ja schon wieder eine Wasserquelle. Okay. Okay. Es ist mal wieder Zeit. Okay. Hoch. So, die Klettertschuhe haben wir an. Sehr gut. Die sind echt Gold wert. Geht man da hoch auch jetzt? Man muss da hoch. Okay. Okay. Ne Windeltreppe. Ne Longmaron. Ichi. Ein Speicherort. Und Holz. Sehr, sehr gut. Gut. Aber jetzt will ich ja wieder gucken, dass ich hier nichts verpasse. Huch. Äh. Da ging es ja noch weiter runter, oder? Ah ja. Okay. Cool. Quasi wie ein Hintertürbischchen. Ja dann. Lass mal hüppe. Äh. Aha. Hä? Hä? Ist doch die einzige Chance da, oder nicht? Okay. Bin verwirrt. Ha. Ha. Ho. Ha. Ho. Ha. Ha. Ich liebe diese Kletterhandschuhe. Kletterhandschuhe. Super geil. Ha. Ha. So. Wo sind wir jetzt? Wo kommen wir jetzt hier hin? Ha. 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 Ohne Gasmaske, bitte. Gerade. Gerade. Wer nicht. Ach. Krass. Noch eine Eule. Oh. Das heißt, auf jeden Fall, ich muss nochmal zum alten Mann irgendwann. Ja, nice. Da findet man ja jetzt voll viele von. Dieses Geräusch immer dabei. Furchtbar. Furchtbar. Ach. Ah, lol. Okay. Hä? Hier war ich schon. Ach, nee. Hier will ich nicht sein. Ah. Nee, nee, nee. Hier will ich aber nicht hin. Ach, kacke. Hätte ich da jetzt nicht runterspringen sollen, oder was? Komm ich. Achso. Die Laube. Ah. Hoppala. Nicht da hinten erstmal wieder hoch. Schön eins einsammeln. Harry. Aber Gott sei Dank habe ich diese Kiste darunter geschubst. Achso. Aber von hier kam ich doch, oder nicht? Boah, Leute. Meine Orientierung. Das ist nichts für mich hier, ne? Ja, okay. Alles klar. Aha, okay. Ja, weil ich kiste. Oh. Hier war nichts. Oh, nee. Ach, shit. Ah. So. Irgendwo muss ich da wahrscheinlich irgendwo anders lang. Vermute ich mal. Ich hoffe. Hot, die Hot. Schneller. Sauber. Sauber. Ich will nicht mehr, aber hä? Hä? Das gibt's doch nicht. Oh, nö. Hier war ich ja schon. Ja, runter will ich auf gar keinen Fall. Dann gehen wir hier hinaus. Das war ja auch nichts. Okay. Dann gehen wir wieder hier hoch. Ich hab keine Ahnung, ob's hier, aber... Gibt's hier noch irgendwas? Bin ich dumm? Die Unterweltpassage? Die Unterweltpassage. Die Unterweltpassage. Hier irgendwas übersehen? Ernsthaft? Ich dachte, es wäre abgeschlossen. Es ist ja vor allen Dingen eine Unterweltpassage. Ich müsste doch eigentlich dann... Ja, gut. Da könnte ich raus, aber... Ah, ich muss da... Okay. Aber, ey... Immerhin... ...habe ich, äh... Achso. Bin ich wieder hier? Ich bin verzweifelt! Oder ist das jetzt ein neuer Raum hier? Nö. Es ist nicht. Das sind mir hier zu viele Optionen, Leute. Absolut. Oh, Mann. Man irrt hier einfach so umher. Aber es ist ja noch nicht abgeschlossen, ne? Huch. Ja, hier. Ich muss sie noch erkunden. Das heißt, es fehlt mir auf jeden Fall ja noch was, ne? Da liegt ein Brief, oder? Huch. Hier. Neues Dokument. Notiz. Nördliches Gebiet. Datum. 11. September. Betreff Zutritt zum nördlichen Gebiet. Die neuesten Ereignisse beim Arbeitslager haben eine Vielzahl an Brüchen der Ein- und Austrittspunkte vom nördlichen Gebiet der Insel ans Licht gebracht. Es sollte aber klar sein, dass der einzige Zugang in Richtung Norden der Haupttunnel sein sollte. Alle anderen Zugänge müssen von der Innenseite gesperrt werden, inklusive dem sekundären Tunnel der umliegenden Gräber. Ich will nicht Bruder Nummer 3s Spielzeuge dort herumschnüffeln sehen, wo sie nicht hingehören. Bruder Nummer 2. Okay. Gut, 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 aber dann müssen wir schon durch diesen Tunnel, ne? Ich glaube ja. Ich laufe einfach irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung. Die Eule. Die Eule. Kann ich ja runter? Wurde kaum. Ja, spring da dran. Die kann doch so weit springen, oder? Ich kann nur da hin. Ich sehe ja nichts. So, der ist im Blablabla, lalala, lalala, lalala. Hier kann man dann hoch, da kommt man dann runter. Da sollte man nicht runter. Da sollte man nicht runter. Hier war eine Eule. Hier war eine Eule. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier irgendwo lang geht, weil da stand ja auch einfach, dass die hier irgendwelche antiken Sachen gefunden haben. Und manches hätten sie dann einfach so gelassen. Ja, super. Das ist wie ein Labyrinth. Wind. Ja, hier geht's zu dem Wasserfall. Da waren wir auch schon. Da ist dann die Eule. Ja. Nö. Völlig umsonst. Hier ist anheblich ... Achso, hier ist noch ein Durchgang. Wo kommt man denn da hin? Ich glaube nicht ... Also, ich glaube, dass hier nur wirklich die Eulen waren. Oh, oh, oh ... Oh, oh. Das war's für heute. Oha. Oh Mann. Wo muss ich hin? Gottes Willen. Oh, ja, schon 29 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen dann in der nächsten Folge, wo wir so landen werden. Ich gehe mal davon aus, dass ich wahrscheinlich wieder einfach nicht richtig geschaut habe oder so. Wir werden es sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Oh. Oh, Moment. Hä? Oha. Ja, alles klar. Dann jetzt bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.